Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 17. Oktober 2021. Seit kurzem taucht auf der Straße immer öfter liegen gelassene Milch auf. Es wurde bereits zum 18. Mal verlorene Milch zur Polizei zurückgebracht. Wenn auch ihr fündig werdet, berichtet den Vorfall bitte auf euren örtlichen Polizeirevier. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. In der Welt geht es wohl wirklich vorwärts. Bewundernswert, aber... Danke fürs Zuschauen. Ich bin Kristall Träum. Der 17. Oktober war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.